Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Lucia Dragmia. Ich habe jetzt schon wieder länger nicht aufgenommen. Wir haben jetzt den siebten dritten. Ich habe gerade die News gedreht. Ich habe total gestottert. Dass ich noch ein Wort rausbringe. Ich habe irgendwas hinten am Gaumenpicken in so ein komisches Pustelding. Keine Ahnung. Das erschwert mir das Essen und das Sprechen überhaupt. Und das Schlucken. Ich spüre jedes Mal beim Schlucken. Da innen, drinnen. Das ist schwierig, wenn ich. Ich hoffe, es geht bald weg. Ja, am Wochenende hart gearbeitet. Heute hatte sehr anstrengende Klienten. Sehr traurig. Aber egal. Zeigen wir mal her. Also da hat sich irgendwie, glaube ich, noch nicht so viel getan. Ich glaube, das ist noch immer auf dem neuesten Stand. Weil über das Wochenende habe ich nichts machen können. Donnerstag haben wir noch. Und man sieht schon da nicht. Laster aufgestellt. 1 Meter mal 52. Da fehlt noch ein Stück Rückwand, weil meine Mutter hat sich ein ganzes 4 cm vermessen. Jetzt haben wir sie in der Hälfte zersägt und unten einmal, dass es stabil bleibt, montiert. Jetzt müssen wir da oben noch was kaufen. Den Ratten geht es gut. Ich schlafe gerade einer. Ich mache wieder fleißig bei Versteigerungen mit für den Verein My Second Life. Die Mäschchenchen haben kein Heuer mehr. Da müssen wir gleich was nachfüllen. Die liebe Amanda ist schon ziemlich zutraulich. Ich habe letztens ungefähr auch da gesessen und ich habe über sie drüber gegriffen, die Wasserschüssel genommen. Und sie ist nicht weggelaufen. Also es wird schon so was Schreckliches. Ich sitze da und rede. Wen haben wir da? Da haben wir die Emily. Da drunter. Da haben wir die Mirabelle. Da ist der Prinzi Bub. Prinzi Bub. Da ist die Julia. Hallo. Die Kamera ist nicht zu messen. Wir haben wieder die depperten Fadenalgen. Ah ja, und das habe ich noch am Donnerstag gemacht. Es sieht jetzt ganz anders aus. Der ist noch ein bisschen voller Algen. Der neue Filter ist drinnen. Der schaut hier schon aus. Ja, da haben wir jetzt die drei Drachensteine, die drinnen waren. Hallo. Habe ich aufgetürmt wieder zu seiner hübschen Formation, die wir da drüben auch haben. Ich habe das total gern. Eine Pflanze. Von da hinten bewegt sich wer. Ja, und es sind drei Weibchen und zwei Männchen. Ich habe Glück. Das fand ich irgendwie lustig. Ein Krokodil und ein Pferdeschädel. Ja, lustig ist relativ, ist eh nicht echt, aber ich weiß nicht, ich habe solche Szenerien gern. Schwimm, schwimm. Und ja, dass das Video nicht wieder zu lang wird. Das ist so ein Statement. Ich habe die News gefilmt. Die habt ihr eh schon alle lang gesehen. Leider. Ich komme ja nicht hinterher mit all dem. Ich muss jetzt eh aufhören und alles schneiden. Ich muss das jetzt dann noch schnell hochladen. Weil heute kommt ja das Dragon Mary Video mit den Fragen. Also das 400 Abonnenten Special. Obwohl ich schon fast 500 habe. 500 ist dann ein Tauschpaket, was mich eh wieder verdammt viel kosten wird. Es sind zwei. Ja, muss ich hier sparen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten.